So, bei der Nava scheint das alles gebrochen. Ach Gott, misst das richtig hier. Gehenübungen. So, gute Nacht. Jetzt muss ich die Belichtung hier nochmal eben einkriegen. Hallo? Ja, also die Nava hat wohl den Dreh gekriegt. Warum sich das jetzt immer dunkel stellt? Katharina, das muss nicht sein! Selbst Becky ist gar nicht so abgeneigt. Und Nava wedelt. Wedelt erstmal das Leben. Leben an und jedem, der ihr begegnet. Die hatte sich ja jetzt eigentlich drei Stunden lang verschanzt und alle weggeknurrt. Die läuft so schlecht. Katharina, bitte! Ja, die Kalapati tut sich noch schwer. Da habe ich auch den Maulkorb verpassen müssen leider. Seitdem liegt sie angepisst in der Hütte. Aber die hat sich wirklich anfangs jetzt richtig schön daneben genommen. Und hier spuckt ja keiner in die Suppe, hier lässt sich keiner dumm anmachen. Deswegen, um Ausschreitungen zu vermeiden, kann sie sich das erstmal angucken. Aus der Bude. So, tut sie auch hier neben mir. Dann hoffen wir mal, dass die Kalapati auch noch den Dreh kriegt. Genau, aber da geht sie dahin. Scharren geht aber. Obwohl man dabei hinten fast wegbricht. Mal gucken, ob sie sich hier ein bisschen einlaufen kann. Ein bisschen was noch zu regulieren ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Untertitelung des ZDF, 2020